Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal, denn da werden wir ja live auf dem Weg Richtung Finale bei Beyond Good and Evil auf dem Nintendo Gamecube. Ich bin der Dre. Ja, servus. Hier, Radiosender sind wir. Wir schicken jetzt noch was. Ja, da brauche ich erstmal einen Code für, ne? Den muss ich abfotografieren. Hier ist eine M-Dist drin, schätze ich. Nein. Oder was ist das? Oder komme ich da nur ran, wenn ich die M-Dist, also... Kannst du irgendwas basteln? Keine Chance, das Ding ist von allen Seiten gepanzert. Vielleicht wissen die Experten der Gouverneurin mehr. Also knipse ich das Ding jetzt erstmal. Aber ich habe den Bericht auch noch gar nicht abgeschickt. Ihr habt Kontrolle über den Langstreckensender? Das ist unglaublich. Ich arbeite so schnell es geht. Haltet durch. Die Gouverneurin arbeitet? Weißt du, wie man das Schutzsystem umgehen kann, Double H? Sorry, Miss Jade. Den Kurs Sicherheit und IT habe ich nicht belegt. Ich schätze, wir müssen die Gouverneurin bitten, uns zu helfen. Habe ich doch gerade. Schnell! Wenn die Bevölkerung rebelliert, muss die Alpha-Abteilung von hier fliehen. S9-X5 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 Wo hat die Gouverneurin diese ganzen Codes her? Das ist jetzt ein Glaserstrahl. Damit vernichte ich jetzt die Welt. Was, liegt einfach die Kamera drauf? Was ist das? Ähm... Ähm... Achtend. Nullo problemo, Jett. Ich kümmere mich da um. Fernando mit seinen Schlagfosen. Sekundo, el Magnifico. Zeigt euch, wer der Welt ist. Sekundo. Zwei. Eins. System blockiert. Super Magnifico. Sieht eher nach Sekundo el Superflasche aus. König der Idioten. Papst der Eichköpfe. Silencio, mein kleines Ferkel. Silencio. Öffne Systemdaten. Hallo, General Sekundo. Zu Ihren Dienern. Was? Ich habe una amiga, die einen kleinen Bericht übertragen will. Richte uns auf 21.3 aus, por favor, schöne Fenorita. Ja, Sir, General. Was? Daten geladen. Übertragung. Laser-Strahl. Nein. Oh, was jetzt? Oh, was ist jetzt? Loyale Hylianer. Mit Hilfe der Verräter vom Iris-Netzwerk konnten unsere Feinde, die Doms, durch unsere Verteidigung brechen und die Stadt infiltrieren. Jeder Tag bringt einen neuen Dolchstoß. Amigos, Senores, Senoras, y naturalmente, Senoritas. Haltet Augen, Ohren und alles andere abierto. Ich will eure Zeit nicht mit langen Reden vergeuden. Ich möchte euch nur die ganze Geschichte erzählen. Oh ne, alter. Die Alpha-Abteilung sind Banditer, Verräter, Betrüger, Gauner, falsche Fünfziger. Seht euch die Fotos an, die wir gemacht haben. Die Alpha-Abteilung stammt den Doms unter einer Decke. Die Alpha-Abteilung war es, die die Hylianer entführt und zu den Doms gebracht hat. Sind die Opfer erst auf dem Mond, wird ihnen alle Energie entzogen und sie sterben. Von Anfang an wurden wir getäuscht und manipuliert. Man kann nichts erkennen. Revolucion. Revolucion? Revolucion. Nö, Fernseher geschmissen. Was? Oh nein, jetzt nicht mit Zeitdruck, Leute. Im Ernst, das kann ich nicht. Oh, scheiße. 1,30, wo muss ich denn dann hin? 1,30? Soll ich in den Beluga steigen, oder? Vermutlich, oder? Aber interessant, dass er jetzt alles zerstört. Renn! Renn! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Ja, ich muss zum Beluga. Viel mehr habe ich gar nicht Zeit. Sie wollen uns hier drin einsperren. Schnell zum Schiff! Ja gut, okay, sie sagt das auch. Alles klar. Dann hatte ich ja mehr als genug Zeit. Können die Petale einsteigen? Ich habe eine Wehe bekommen. Die muss ich... Ich kann es jetzt nicht lesen. Wow! Selene. Selene? Keine Ahnung. Holy moly! What the... Sagte die Spinne zur Fliege! Traktorstrahl aktiviert! Was? Warte mal, ich muss hier... Ich muss einfach was lesen. Entweder hat er und ihre vertrauenswürdigen Kollegen von Iris die Wahrheit enthüllt. Die Hylianer haben sich verbündet, um die Alphas von Helis zu vertreiben. Und wieder einmal konnte der ehrenwerte Berufsstand der Journalisten seine wichtige Rolle in der Geschichte beweisen. Ja, ja. So, jetzt wird die rumgeballert. Ist das schon der Boss-Walt? Ey, oder? Ein bisschen vorhalten. Ah! Zack! Okay, jetzt... Oh, oh. Ich habe nicht mal ein Turbo oder sowas. Alter, dass man da so ein bisschen vorhalten muss immer. Natürlich dreht der am Rad, der ist nicht ganz dicht. Okay, der unteren noch. Wow. Wow. Jetzt hat sich das vielleicht doch gelohnt. Oh Gott. Jetzt hat sich das vielleicht doch gelohnt. Einen zusätzlichen... Schlüssel... Oh. Am links... Ja, ich kann reparieren. Okay. Komm schon. Komm schon. Ach, guck mal. Oh, ich sehe es entfernt, ey. Wenn man es nicht ausprobiert, ne? Oh, ich muss reparieren. Wow, was war das? Au. Au. Was ist jetzt? Was, was, was? Ach so, ich... Mhm. Mhm. Ja, aber wie soll ich denn dann da oben rankommen? Oh, ihr habt die ernsthaft geschäft. Weiter so mit dir. Ja, aber ich komme doch da nicht rum. Wie soll ich denn da rankommen? Das übersehe ich jetzt schon wieder. Oder Uno? Come on, jetzt. Ich komme da doch gar nicht ran. Ich habe ja auch... Boah. Äh, hm. Ich weiß gerade echt nicht. Oh, ich... Ich dobe Hund, ey. Manchmal. Einen kann ich noch reparieren. Okay. Guck mal, jetzt mache ich das von Automaten schon. Ich hasse Boss-Fights. Das sind so Überbleibsel aus der Arcade-Ära. Wo man noch Endbosse haben musste, um die Leute... ...an die Automaten zu fesseln. ...die möglichst unbesiegbar waren. ...die möglichst unbesiegbar waren. Aber der He ist besiegbar. Was ist das? Das ist der Traktor-Strahl aktiv. Das ist der Traktor-Strahl aktiv. Puh. Ich sterbe. Wir müssen das Hover-Craft starten, wenn wir den Traktor-Strahl abschalten wollen. Ja, die Luft ist rein. Wir können ohne Formen verandocken, Miss Jade. Ja. Wir müssen dieses Spinnen-Ding, um den Traktor-Strahl abzuschalten. Das riecht alles nach finalen Kampf hier. Ich... Oh, speichern kann ich auch. Hervorragend. Ausgezeichnet. Aufnahme läuft noch. Jo. Ähm... Also, ich bin jetzt mal echt gespannt. Das Blöde ist natürlich auch, ich weiß nicht genau, ob ich ähm... ...also, wann es zu Ende ist. Autsch, war ja klar. Äh, wann es zu Ende ist, deswegen kann ich auch nicht genau sagen... Hm? Eindringling! Eindringling! Ähm... Ich ziehe das jetzt einfach nochmal mit rein. Und... Peter! Ich kann mich nicht weilen. Das ist nicht fair. Okay. Wir werden angegriffen. 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 Ah! Ah! Wir sind beide fast am Arsch hier, Junge! Das ist nicht cool. Da brauchen wir was zum Heilen. War das eine Klospülung? Ja, und belebt sie wieder. Das Schwein lebt da. Oh, oh. Er ist seit Jahrhunderten auf deiner Spur. Deine Tage sind gezählt. Mögen die Engel der Dunkelheit auferstehen. Ach ja, sie hatte ja auch immer so Visionen, ne? Wir müssen zurück zur Basis. Alle Gefangenen sind noch da. Alle Vögel sind noch da. Ist gut, nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das sieht nix. Soll ich dich fotografieren? Bringt das was? Hast du hier zufällig ein Heel rumliegen, mein Freund? Kamera. Kein Heel. Dann jetzt mal wieder zurück zur Basis. Backtracking for the win. Ich habe auch Stimmen gehört. Aber ich bin ja auch wahnsinnig. Ja, komisch, dass für ihn keine Anzeige ist. Was ist das Schiff denn? Landebahn in Sicht. Direkt vor. Ach was, jetzt kann ich... Na, das ist doch... Da ist doch ein Schild drüber. Kann ich durch ein Schild durch? Ich versuch's jetzt einfach mal. Und... Achtung! Sie schicken die Kavallerie! Gut auf Gott, sie sind übel! Oh, Alter! Jetzt glaube ich... Oh, Shawnee! Alter, irgendwas ist doch... Na gut, ich weiß jetzt ja mittlerweile, dass ich nicht auserwählen bin. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's nochmal richtig der mit Dogfights, Alter. Was ist da los? Oh, 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 oh. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Alter, sind das viele. Das ist aber Mission Impossible, hätte ich fast gesagt. Independence Day. Kars und Kitas, oder was? Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass man... Uah, nichts sieht. Wenn man... Na, falscher Knopf. Wenn man Schaden nimmt. Also klar, man sieht's an der Energieanzeige. Aber irgendwie so ein visuelles Feedback kriegst du nicht. Glaube ich, oder? Wir haben die Unterstützung der Ilyana-Jackie. Wir decken sie. Versuchen sie, in die Basis zu gelangen. Wir müssen die retten, die noch drin sind. Alter, jetzt geht das nicht los. Shawnee! Oh Gott, und ich habe gar keine Energie mehr. Nee, mir geht's auch nicht gut, Junge. Warte mal, reden wir. Wir reden erst mal. Lasst uns das ausdiskutieren. Ich habe den Eingang schon früher gefunden. Der Aufzug führt direkt ans Herz des großen Gewöldes. Ich bin bereit, Miss Jake. Also war das noch nicht der Entboss. Ein Eisabschalter. Alle in Position. Oh, das hört sich schon nach Abschied an. Das große Gewölbe. Machen wir die Musik wieder an. Die war cool. Oha. Das große dunkle Gewölbe. Das ist ein Trapp. Das funktioniert nicht mehr. Du bist nicht, was du denkst. Das Schwein hat deine Wurzeln vor dir verheimlicht. Jane, nein, hör nicht auf ihn. Die blöde Sau. Du bist die Quillen meiner Macht. Das Instrument meiner Stärken. Dann nahmen sie dich mir weg, in der Hoffnung, mich zu zerstören. Aber ich überlebte, indem ich mich nur von den unwürdigsten Opfern ernährte. Du wurdest ein Mensch, aber du bist nicht wie sie. Du gehörst mir, Charly, und ich werde den Mensch in dir töten. Jane! Charly, don't stand her. Mir geht's nicht gut mit dir. Ja, oh Leute, wie soll ich denn das machen? Ich hab ein Herz. Er hat ein halbes. Das war's. Oh, Alter, denkbar. Oh, okay. Hab nichts gesagt. Aber er hat auch nur ein halbes. Das heißt, wenn er auf den Sack kriegt, ist es wahrscheinlich auch vorbei. Oh, Mann. Nein. Ach. Nee, muss ich nicht. Ist das richtig? Weiß ich nicht. Ah, fuck. Oh, die Folge ist gleich zu Ende. Wollen wir das noch... Soll ich überziehen? Ich überziehe. Komm, das machen wir noch. Vielleicht ist das ja das Ende. Weiß man ja nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich hoffe, man hört den Controller jetzt nicht zu sehr. Ich halte ihn auch anders hin. Nee, das ist auch scheiße. Ich halte ihn. Das klang richtig. Das ist richtig. Alles klar. Hä? Was soll ich jetzt mit Credits? Oh, jetzt muss ich gegen Pages kämpfen. Alter, das wäre geil, wenn ich mich mal healen könnte. Echt. Ah, okay. Okay. Aber was? Ach, kacke, Alter. Wenn der verreckt bin, bin ich auch durch. Das gibt... Oh, Gott. Das wird ewig dauern. Warte mal wieder von vorne. Nee, komm hier. Okay. Was zum Teufel soll ich mit den Credits? Dann schild mir hier ein Automaten hin. Ach, guck mal, weil er verreckt ist. Nein, nein! Um. Um. Huh? What? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, wenn ich wenigstens die Hälfte der Herzen hätte oder so. Boah. What? Alter! Boah, das wird ewig dauern. Oh Gott. Boah. 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 Ich weiß noch gar nicht, warum ich diese scheiß Credits einsammle. Alter Schwede, die zwei... Eintreffer hab ich! Nein, ah! Oh, ey. Alter Scheiße, ich hab' mir gefallt. Oh, ey! Das ist scheiß Controller, wenn der geht's rein. Ich hasse Bossfalls, echt. Oh, ey! Oh, ey! Wenn ich da an Schaden eins und zwei denke. Wo die Bosse echt Schweine waren. Vor allem auf einem harten Schwierigkeitsgrad. Boah! Oh, konzentrier dich, Junge! Und vielleicht ist die nächste ja schon die letzte. Vielleicht ist die nächste schon die letzte. Ich glaub's zwar nicht. Ich vermute, da kommt noch ein derber Bosskampf, an dem ich noch ordentlich knabbern werde. Ein derber Bosskampf, an dem ich noch ordentlich knabbern werde. Oh, ich knabbern werde. Oh, ich knabbern werde. Alter, der kommt denn einfach von da! Und behaupt mich, was soll ich denn gegen ihn machen? Ja, wenn ich jetzt einen Save-Fehler gemacht hab und Energie brauche, um den zu besiegen, ne? Vielleicht schneide ich's auch einfach zusammen. Mal gucken. Vorne, rechts. Über mir. Links, ne hinter mir. Rechts, rechts, rechts. Über Raum hier. Wow, wow, wat, wat, wat? Ich glaub ich hab was geschafft. Ich glaub ich bin weiter. Oh Gott. Oh nein, jetzt. Wir müssen aufgeben, Miss Jade. Vielleicht müssen wir das. Vielleicht hab ich das schon. Oh Gott, bitte, bitte. Das sieht gut aus. Wir müssen aufgeben, Miss Jade. Ah, es hat funktioniert. Oh Gott. Was ist jetzt? Die Kontrolle über deinen Geist, Shorni. Ohohohoho. Ja, nee. Oh Gott. Ja, Alter, jetzt ist die Steuerung invertiert. Wollt ihr mich verarschen? Alter, ihr seid aber geklappt. Ich kann nix sehen. Die Steuerung ist verdreht. Nein. Nein, 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 nein. Wie soll ich denn das machen? Oh nein. Wir müssen aufgeben, Miss Jade. Alter, Leute. Ich würde sagen, ich mach hier jetzt erstmal einen Cut. Ich muss auch ganz kurz ne Pause machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das nur nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.